Jeder gegen Jürgen, heute mit diesen zwölf schrillen Typen. Klaus Stappenhahn aus Kapellenerf, Anke Merck, Showtänzerin aus Waldlaubersheim, Frank Jeschke, Clown aus Wuppertal, Kerstin Ott, Gauklerin aus Hamburg, Dirk Konzack, Elvis-Imitator aus Dortmund, Fossi, der Gabelkönig aus Gelsenkirchen, Marika Emsen, Artistin aus Ohlenhausen, Hans-Jürgen Senker, Elberatsvice aus Wölstein, Hagen Koch, Minuet-Tänzer aus Düsseldorf, Elmar Burgraff, Trecker aus Essen, Volker Damm, Prinzengardist aus Bergisch Gladbach und Sexy Sally, Travestie-Künstler aus Wümsburg. Jeder gegen Jürgen. Wo wurden Sie als Jean-Luc Picard geboren? In Paris. In Le Barre, in Frankreich. Allerdings, das wäre richtig gewesen, Volker. Okay, Elmar, wie hoch ist die Gebühr für Übergabe? Einschreiben bei Briefsendungen innerhalb Deutschlands. Neun Mark. Vier Mark. Also viel Zeit. Aus welchen englischen Wörtern setzt sich der Begriff Smog zusammen? Smog und Fock. Die Nummer zwei. Wie nennt man die für den menschlichen Organismus? Nicht nur in der Spielbank in Monte Carlo stehen dicke Schlitten, allgemein bekannt. Wie lautet das Autokennzeichen für Monaco? MC. Die Nummer zwei, bitte. Danke. Welche Wissenschaft? Die Nummer sieben, bitte. Marika, was? Waffen. Die Nummer acht, bitte. Hans-Jürgen. In welcher... Die Nummer zwölf, bitte. Sally. Mr. Spock-Darsteller Lennart Nimoy spielte danach einen Agenten in welcher Serie? In geheimer Mission. Leider nein, das ist die Nachfolge-Serie dann gewesen. Er spielte in Cobra, übernehmen Sie. Aber in geheimer Mission war er dann nicht mehr dabei. Emma. Die Nummer zwei, bitte. Danke. Welche Institution... Wie heißt der tiefste See in Norddeutschland? Tiefste See in Norddeutschland, da muss ich passen.